Bei uns. Benjamin Schmedes, der neue Sportdirektor des VfL aus Nahrbrück, an seinem ersten Arbeitstag, 1. Dezember, kurz vor der offiziellen Vorstellung bei der Pressekonferenz. Herzlich willkommen Benjamin. Hallo, danke sehr. Mit wem haben es die VfL-Fans dann eigentlich zu tun? Beschreib dich doch mal ganz kurz als Person. Ja, es war ja schon ein bisschen was zu lesen in den Medien. Ich habe das ja nur selbst dann bekommen, als es dann da dort stand. Ich bin jetzt mal froh, dass ich jetzt hier sein kann und mich auch dann selbst entsprechend vorstellen kann. Ja, wen bekommen die Fans? Es ist bekannt, dass ich vom HSV komme, dort die Scouting-Abteilung geleitet habe. Dementsprechend sehr, sehr viel auch mit Spielern und den Beratern entsprechend zu tun gehabt habe. Und das will ich natürlich dann auch hier fortsetzen. Einfach junge, ambitionierte Spieler zum VfL zu lotsen, die dann hier den nächsten Schritt gehen können. Und ich denke, der VfL Osnabrück ist eine perfekte Plattform, um sich zu zeigen. Und das wollen wir dann entsprechend aufbauen. Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, welche Idee hast du eigentlich von Fußball? Was bringst du mit? Worauf dürfen sich die VfL-Fans zukünftig auch unten auf dem Rasen freuen? Erzähl uns doch mal ganz kurz ein paar Attribute. Was ist deine Idee von Fußball? Ganz grundsätzlich geht es bei mir nicht so sehr stark darum, in welchem System spielen wir und so weiter und so fort. Sondern für mich sind eigentlich drei Dinge am Ende wichtig. Ich möchte, dass wir insgesamt, und das beziehe ich aber nicht nur auf den sportlichen Bereich, auf dem Feld, sondern auch außerhalb, würde ich auf mich als Person zutreffen lassen, für mich ist wichtig, dass wir mutig agieren, dass wir voller Leidenschaft, mit Emotionen zulassen, die Dinge auf dem Feld und auch außerhalb des Regeln mit voller Überzeugung, und das ist eben dieser dritte Punkt, Überzeugung, durchziehen und an das glauben, was wir selber vorhaben. Das sind die Punkte. Und ich glaube, dass wir dort, ich konnte schon erste Gespräche führen mit Daniel Thun, dass wir dort eine ganz ähnliche Auffassung davon haben, wie wir ganz grundsätzlich funktionieren möchten. Mit Daniel Thun scheint es inhaltlich zumindest zu passen nach den ersten Gesprächen. Siehst du das dann auch grundsätzlich hier für den VfL Osnabrück, die Attribute, die du hier geschrieben hast, ist das auch ein Grund dafür, dass du dich für den VfL letztlich auch entschieden hast? Ja, ich hatte wirklich mit Daniel schon einige Berührungspunkte jetzt in den letzten Tagen und muss sagen, dass ich glaube, dass wir dort sehr, sehr ähnlich ticken, was gut ist für den Start, den wir dann gemeinsam haben werden. Da bin ich ganz sicher. Ja, ich glaube einfach, dass der VfL Osnabrück in der aktuell doch schwierigen Situation, in der er sich befindet, dass das nicht das ist, was mit dem Verein grundsätzlich möglich sein kann. Also ich sehe da wirklich ein Delta, wo wir mit guter Arbeit ein bisschen was gut machen können in dieser Liga. Und das natürlich möglichst kurzfristig mit den nächsten drei Spielen, die wir hier noch haben, davon zwei Heimspiele an der Bremer Brücke. Und dann natürlich in der Rückrunde, nachdem wir ein Stück weit uns ausgeruht haben, Weihnachten gefeiert haben mit den Familien, aber dann voller Elan in die Spiele gehen, die dann kommen. Und dann wollen wir uns natürlich perspektivisch, strukturell, organisch wachsend aufbauen, um nächste Schritte gehen zu können, um dann eben auch wirklich angreifen zu können in dieser Liga. Du hast es gesagt, nächster Schritt ist ein gutes Stichwort. Was sind denn jetzt aktuell die nächsten Schritte? 1. Dezember, also du hast noch gesagt, drei Spiele sind es noch, dann kommt Winterpause, Transferperiode möglicherweise. Was genau sind deine ersten Amtshandlungen, die du hier beim VfL Osnabrück, nachdem du dein Büro bezogen hast? Vornehmen wir es. Ja, also zunächst mal war ich heute Morgen mit allen Mitarbeitern der Geschäftsstelle zusammen. Die Gremienvertreter waren mit vor Ort. Ich habe einen guten Einblick gekriegt über die Menschen, die für den VfL arbeiten. Ich habe gestern schon zur Mannschaft sprechen können und zum Funktionsteam. Also wichtig ist jetzt für mich in allererster Linie mal die Strukturen und die Abläufe kennenzulernen und einfach aus einer beobachtenden Rolle heraus dann einfach für mich die Situation zu analysieren, mit dem Trainer zu besprechen und dann eben zu schauen, wie wollen wir nach den drei Spielen, die wir jetzt haben, weitermachen. Und dann werden wir sehen, zu welcher Analyse wir da kommen, beziehungsweise zu welchem Output. Und den werden wir dann für uns nutzen, um die richtigen Stellschrauben dann eben auch zu nehmen für die weitere Ausrichtung. Lass uns zu guter Letzt noch ganz kurz, gar nicht so weit in die Perspektive schauen, sondern kurzfristig auf Sonntag. Dein erstes Spiel als neuer Sportdirektor des VfL Osnabrück und ausgerechnet beim SV Werder Bremen, dein ehemaliger Verein. Also wahrscheinlich aus zweierlei Gründen ein sehr besonderes Spiel für dich. Ja, also ich bin natürlich schon das ein oder andere Mal darauf angesprochen worden. Es ist kein Geheimnis und es wurde ja auch schon geschrieben, dass ich insgesamt vier Jahre lang für Werder Bremen aktiv war. Darunter drei Jahre, die ersten drei Jahre dort im Internat gelebt habe. Und für diejenigen, die das nicht wissen, das Internat zur damaligen Zeit war in der Ostkurve. Das heißt, dass ich ein eigenes Apartment in der Ostkurve in Bremen bewohnt habe. Es ist natürlich schon ein Stück weit wie nach Hause kommen und wahrscheinlich selten zutreffender als jetzt in dem Fall wie bei mir. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, fahren wir dann als VfL Osnabrück in meiner neuen Funktion hin, kämpfen um die drei Punkte. Und ich bin froh, wenn wir sie wieder mit nach Osnabrück nehmen können. Das ist doch ein super Schlusswort. Freuen wir uns hoffentlich auf drei Punkte am Sonntag und dann dir viel Erfolg auf jeden Fall für die weiteren Aufgaben hier beim VfL. Vielen Dank. Vielen Dank.